Folge 4, meine Essen-Preview-Liste 100 Spiele mit Hit-Potenzial. Ich habe wieder 10 Spiele für euch, die ich besonders interessant finde und die ihr euch vielleicht auch mal angucken solltet. Und das erste Spiel, da sind wir immer noch bei Delicious Games, das zweite Spiel von Delicious Games. Es geht um Shipyard Second Edition. Ja, es ist die Neuauflage vom Spiel Shipyard, ein, ja würde ich sagen, Kennerspiel, bei dem es darum geht, dass wir Schiffe bauen. Wir sind im 19. Jahrhundert, die Schifffahrt boomt, die Waren müssen transportiert werden übers Meer, über die Kanäle und wir bauen Schiffe. Das Ganze findet mit einem Aktionsauswahlmechanismus statt, wo wir in der Mitte, ja es ist so ein Rondell, sieht aus wie so ein Rondell, aber wir ziehen dort einzelne Aktionsplättchen und diese müssen sich dann quasi hinten wieder anstellen und können mit diesem Aktionsauswahlmechanismus dann verschiedene, ja, Sachen machen. Wir können neue Leute anheuern, wir können neue Ressourcen uns holen und wir versuchen so nach und nach unsere Schiffe zusammenzustellen, um die dann in den Kanal zu entlassen. Ich bin sehr gespannt, das Ding hat ein Rating, ein Schwierigkeitsrating bei BGG, zumindest die alte Version von 3,5. Da bin ich sehr gespannt drauf, also eher ein gehobenes Kennerspiel, würde ich sagen. Ja, freue ich mich drauf, gucke ich mir definitiv an, da werdet ihr auf meinem Kanal sicherlich auch das eine oder andere noch zu sehen und hören. Dann sind wir bei den Highlights von Devia Games angekommen, die ich mir auch sehr genau angucken werde. Das erste Spiel, was ich super interessant finde, ist Three Rings Circus. Da versuchen wir einen Zirkus aufzubauen, so im Sinne von The Greatest Showman. Also, ja, wir haben verschiedene Artisten in unserem Zirkus, wir haben so Kuriositäten in unserem Zirkus. Das Ganze spielt, glaube ich, auch in den 19, 15er Jahren oder, ja, so Mitte 20. Jahrhundert, würde ich sagen. Und wir versuchen, durch die USA zu reisen und unseren Zirkus aufzubauen und immer besser werden zu lassen, immer größer werden zu lassen und immer mehr Fame einzusammeln. Und dann ist es so, dass es verschiedene Städte gibt, bei denen es leichter ist, das Publikum zu begeistern. Da können wir auch mit, ja, kleineren Auftritten schon einiges reisen, aber in den kleinen Städten, da müssen wir dann schon einiges aufbieten, um die Bevölkerung zu begeistern und dann Fame einzusammeln. Und dann kommt es noch irgendwie darauf an, wie man seine Shows plant. Das finde ich auch sehr interessant. Denn, ja, die einzelnen Artisten, die man dann in seinem Zirkus anheuert, die geben dann unterschiedlich viel Fame, je nachdem, in welcher Reihenfolge oder in welchem, ja, wie man sie zusammensetzt, also wie man die Show dann zusammensetzt. Das finde ich einen sehr spannenden Mechanismus, bin ich gespannt drauf. Das Ganze sieht super bunt aus. Da bin ich auch mal gespannt, wie wuselig das eigentlich ist, wie übersichtlich das ist. Und ich weiß gar nicht, ich habe so die Bilder, die ich mir angeguckt habe, da sieht das alles so auch sehr klein aus. Ich glaube, dass es gar nicht so ein Riesenspiel ist, sondern eher so ein, ja, doch auch so wie Bambu mit vielleicht, ja, doch relativ viel Tiefe, aber mit einem sehr kleinen Brett, mit sehr kleinen Komponenten. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe das bei Devir angefragt und bin mal gespannt, ob ich das dann bekomme. Ansonsten, ja, muss ich es mir irgendwie auf der Messe organisieren. Ja, ich werde es auf jeden Fall mal spielen und euch dann davon berichten. Dann bringt Devir noch eine Erweiterung zu Bitoku. Und da bin ich mir auch sicher, dass diese Erweiterung dann irgendwann ins Deutsche übersetzt wird und ihr dann auch für eure deutsche Bitoku-Version irgendwann in den Genuss dieser Erweiterung kommen werdet. Ich werde es mir jetzt auf Englisch holen, weil mein Bitoku auch auf Englisch ist und auch von Devir ist. Und das ist eigentlich eine sehr kleine Erweiterung, das, wie heißt es, Bitoku Resu Toran. Und ja, wir haben hier so drei Module, die wir entweder alle ins Spiel integrieren können oder wir wählen einfach nur ein Modul aus, was wir spielen möchten. Da gibt es neue Rocks, also neue von diesen Steinen, diese Kodoma-Rocks hießen sie, glaube ich. Es gibt jetzt eine neue Kartenart wohl. Das sind Karten, mit denen wir noch unsere Würfel besser manipulieren können. Und dann gibt es einfach noch mehr von, also es gibt noch mehr Karten, es gibt noch mehr von diesen Kodoma-Plättchen, ja, so ein paar kleinere Sachen. Bin ich gespannt darauf. Es wird das Spiel, glaube ich, nicht grundsätzlich verändern. Es bringt einfach ein bisschen mehr Abwechslung rein, was die Komponenten angeht. Aber so ein Dauerbrenner wird es dann wahrscheinlich nicht werden, außer es ist sowieso schon ein Dauerbrenner. Ich bin gespannt. Ich gucke es mir an und, ja, sage euch dann Bescheid, ob es sich so richtig, richtig lohnt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich hätte die Erweiterung schon ganz gerne und gucke sie mir dann halt, wie gesagt, auch genauer an. Dann haben wir noch ein neues Spiel von Wladimir Suchi, was nicht bei Delicious Games kommt, sondern bei Dino. Ich glaube, das ist so ein Ableger von Tschech Games Edition oder, ja, irgendwie so ein tschechischer Spielzeughersteller. Hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Und bei Aldebaran Duell handelt es sich um ein Zweispielerspiel, was kartengetrieben ist. Wir sind, ja, was sind wir? Wir sind Flottenkommandeure und wollen so viele Planetensysteme unter unsere Fittiche bekommen, wie wir können. Und dann funktioniert es so, dass wir Karten haben, die Planeten oder Schiffe oder irgendwelche Ressourcen repräsentieren. Und dann müssen wir entscheiden, ob wir diese Karten ausspielen wollen, um verschiedene Kombinationen aus diesen, ja, einzelnen Kartenarten zu bilden. Ich glaube, da geht es relativ viel um, dass man, ja, bestimmte Symbole oder Symbolpattern irgendwie auslegt. Und man muss sich entscheiden, ob man die Karten, anstatt sie auszuspielen, benutzt, um damit zu bezahlen. Denn die Karten sind auch gleichzeitig Ressourcen. Ja, ich hoffe, dass das Spiel ein bisschen thematisch rüberkommt und nicht so ganz trocken ist mit diesem, ja, okay, Schiffe sind jetzt das Symbol und irgendwie Planeten sind das Symbol. Und ich versuche hier irgendwie nur so einen Kartenpattern irgendwie auszuspielen. So ähnlich, wie das ja auch bei Einspruch war, diesem Anwaltsspiel, wo, ja, wo die Thematik auch mega war und man am Ende aber nur irgendwelche Symbole hingespielt hat. Ich hoffe, dass das bei Alteberandos Duell nicht so ist. Und ich hoffe, dass wir ja auch coole Entscheidungen haben. Also, dass es nicht so ganz offensichtlich ist, welche Ressourcenkarten wir wann irgendwo hinspielen müssen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ist für mich kein Blindkauf, obwohl es ein Vladimir Suchi ist. Ich werde es mir aber genauer angucken und wenn es ein cooles Zweispielerspiel ist und ich so den Eindruck habe, dass es lohnt sich, dann werde ich es auf jeden Fall auch mitnehmen und euch dann auch berichten. Und vielleicht kann ich es irgendwo mal mitspielen, falls ich es mir nicht kaufe. Ja, und Vladimir Suchi sollte man sich auf jeden Fall mal angucken und ja, bleibt auf jeden Fall dran, um noch ein bisschen mehr über das Spiel von mir zu erfahren. Dann bringt Dino Toys noch ein weiteres Zweispielerspiel heraus, The Base. Das Ganze hört sich nach einem sehr abstrakten Spiel an, was in so ein Sci-Fi-Setting gegossen wurde, möchte ich sagen. Wir haben hier so eine Basis, beziehungsweise ja, jeder Spieler hat wohl so eine Basis oder ja, weiß ich gar nicht so genau, ob es eine Basis oder zwei Basen sind. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir unsere drei Figuren in die Basis retten müssen. Denn nach 20 Runden explodiert diese Basis und das Spielfeld besteht aus so kleinen Gängen, also kleinen Plättchen, die wir dann im Laufe des Spiels auch immer drehen können. Also wir können quasi so ein kleines Labyrinth aus diesen Plättchen bilden. Das Ganze sieht ein bisschen so aus wie dieses Pakachuna, was ich ja auch schon vorgestellt hatte mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr, so ein Zweispielerspiel, wo man auch ja durch so ein Labyrinth mit seinen kleinen Alpakas oder Lamas oder was das ist durchläuft. Und ja, es fühlt sich, glaube ich, sehr abstrakt an. Ich bin sehr gespannt, ob es kurzweilig ist, ob es ja sich langweilig anfühlt, ob es dann immer das Gleiche ist, ob man quasi dann nach zwei Partien alles gesehen hat. Und das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ist kein Klopper, ist halt auch eher so ein kleineres Spiel. Dieses Spielfeld mit diesen Plättchen ist auch nicht besonders groß. Und ja, ein abstraktes Legespiel im Sci-Fi-Setting kann man sich mal angucken. Ist auf jeden Fall kein Must-Have, aber ich fand es dann doch durchaus interessant. Das waren schon wieder fünf richtig geile Spiele. Ich bin so gehypt auf die Messe. Die Messe kommt immer näher. Und ja, wenn ich mir nochmal so meine Liste durchgehe, was da noch alles so kommt, was ich euch auch noch vorstellen werde, ich sage euch, richtig, richtig geile Spiele kommen da noch. Das ist kein Zufall, dass ich hier 100 Spiele ausgewählt habe und nicht nur 15, denn das kann man auf keinen Fall, finde ich, auf so wenig Spiele runterbrechen. Und ja, ihr merkt, ich bin begeistert. Und ich bin natürlich auch begeistert, wenn euch meine Videos gefallen und ihr mir vielleicht einen Daumen nach oben für dieses Video gebt. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da, dann verpasst ihr kein weiteres Video hier auf meinem Kanal. Ihr seid dann nah dabei, was die Messe angeht und bekommt die neuesten Spiele-Updates. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und jetzt geht es weiter mit den nächsten fünf Spielen. Dann sind wir bei den Neuheiten von DLP Games angekommen. Und da habe ich mir auch wieder drei Neuheiten rausgesucht, die ich mir genauer angucken werde, beziehungsweise die ich auch eigentlich schon vorbestellt habe, wenn man ehrlich ist. Und ja, das erste ist die Boonlake-Erweiterung Artefakte. Bei der Boonlake-Erweiterung Artefakte haben wir zum einen einige Neuerungen und wir haben vor allen Dingen auch ein kleines Balancing, ein wirklich kleines Balancing, muss man wirklich sagen. Und die Neuerung ist, dass wir ein sogenanntes Exploration Board haben, also so ein, ja, was ist das, Erkundungsboard. In der Mitte haben wir einen See und außen haben wir so ein Ufer, an dem wir auch rumlaufen können. Und dann können wir mit unserem, also können wir mit einem Schatzsucher, das ist dann eine Figur aus dem Vorrat, um diesen See herumlaufen, um uns dort Boni zu holen. Und wir können dann auch eine Werft bauen, die wir an unser Tableau anlegen und dann ersetzen wir diesen Schatzsucher durch ein Boot und mit diesem Boot können wir dann auf diesem See herumfahren und wenn wir dann bestimmte Bedingungen erfüllt haben, können wir bestimmte Plätze betreten und dort können wir Artefakte bergen, die uns dann nochmal zusätzliche Punkte oder irgendwelche Boni bringen. Das finde ich ziemlich cool und ziemlich spannend. Also es gibt quasi eine neue Aktion, wenn man es so, ja, nennen möchte. Und dann haben wir noch ein kleines Mini-Balancing, denn diese Wertungsplättchen, die teilweise ja nicht besonders sinnvoll waren bei den Punkten, die man da gewonnen hat oder auch verloren hat, die wurden etwas angepasst, die wurden etwas erhöht. Also wir haben jetzt in dem höchsten sind es, glaube ich, sieben Punkte und in dem niedrigsten haben wir drei Punkte und nicht nur einen Punkt. Da haben sie es ein bisschen angepasst von den Plättchen. Ja, bin ich gespannt, wie sich das dann insgesamt auf das Spiel auswirkt. Das ist also jetzt wahrscheinlich ein bisschen wichtiger, diese Ziele, die man unten hat, ein bisschen besser zu verfolgen und dann genau einen Plan zu haben, in welcher Reihenfolge man welche Ziele dann erfüllen möchte. Da bin ich sehr gespannt drauf und ich freue mich riesig schon auf diese Erweiterung, die dann auf den Tisch zu bekommen nach der Messe. Das, ja, ist bei mir ein Blindkauf gewesen. Das zweite Spiel, was ich auch vorbestellt habe, das ist Pirates of Maracaibo. Wir haben hier ein Standalone Maracaibo-Spiel, einfach in diesem Maracaibo-Karibik-Universum spielt das Ganze und das klingt wirklich sehr interessant. Wir haben ein Boot und dieses Boot hat eine Startposition und dann haben wir so eine Karte ausliegen, bestehend aus verschiedenen Tier 1 und Tier 2 und ich weiß gar nicht, ob Tier 3 Karten. Das gibt so ein bestimmtes Muster und auf diesen Karten können unterschiedliche Sachen drauf sein, so kleine Inseln oder einfach nur Seefelder oder so Schatzfelder. Und dann versuchen wir mit diesem Schiff über diese Karte zu segeln und möglichst effektiv irgendwelche Sachen einzusammeln oder irgendwelche Niederlassungen irgendwo zu bauen. Und dann haben wir noch ein zusätzliches Board, quasi so ähnlich wie bei Boone Lake, die Artefakte auch so ein Board mit einem See in der Mitte und um diesen See können wir auch wieder rumlaufen, um uns dort verschiedene Boni zu holen. Und dann am Ende kriegen wir Punkte für vergrabene Schätze, für Quests, die wir gemacht haben, für Residenzen, die wir gebaut haben, für Geld, also für unterschiedlichste Dinge. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das spielt. Es soll sehr gestreamlined sein, zumindest werben sie damit. Ich habe mir die Anleitung auf Englisch schon mal so kurz angeguckt, habe es ein bisschen überflogen. Sieht relativ simpel aus vom Ablauf her. Man muss dann mal gucken, wie gut die Ikonografie ist, ob man da relativ gut reinkommt. Und dann freue ich mich auf jeden Fall schon, euch von meiner ersten Partie zu berichten. Und das dritte Spiel im Bunde von DLP, das ist Evenfall, über das ich kurz sprechen möchte. Was die einzelnen detaillierten Mechaniken angeht, weiß ich von Evenfall noch nicht so richtig viel. Ich weiß nur, dass es ein Engine-Building-Spiel ist. Es soll bekannte Mechanismen geben, es soll aber auch irgendwie neue Mechanismen geben. Und wir haben hier einen World Tree. Und jeder, der Dark Souls gespielt hat, der weiß natürlich, was es mit so einem World Tree auf sich hat. Der ist mystisch, der ist mächtig. Und nein, wahrscheinlich hat es überhaupt nichts damit zu tun. Aber ich finde es irgendwie ganz witzig. Es klingt so ein bisschen so wie Everdell in ein bisschen Erwachsener. Mit einem vielleicht erwachseneren Setting. Nicht so kleine, süße Tiere, sondern vielleicht irgendwelche mystischen Kreaturen und Hexen, die ja da auftauchen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich freue mich immer auf einen guten Engine-Builder. Der letzte richtig, richtig geile Engine-Builder war ja Revive. Und vielleicht macht Evenfall ja auch viele Sachen richtig und wird uns begeistern. Es ist definitiv ein Spiel, was ihr auf dem Zettel haben solltet. Dann habe ich noch ein kleines Flip-and-Ride-Spiel von Dranda Games im Gepäck. Das schaue ich mir definitiv auch an. Wie gesagt, Roll-and-Ride, Flip-and-Ride. Ich sage es in jeder Folge. Da werde ich heiß drauf sein. Und bei Pioneer Rails sind wir ein Inhaber einer Eisenbahn. Oder einer Eisenbahngesellschaft wahrscheinlich eher. Und wir versuchen Poker-Hände zu bilden, um mit diesen Poker-Händen Punkte zu machen und unsere Städte mit unseren Schienen zu verbinden. Da bin ich sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert. Wie so die Mechanik da ist. Wenn ich irgendwie dann einen Royal Flush habe, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, ob ich dann mir irgendwie aussuchen kann, was ich wo verbinde oder ob es irgendwie die Streckenlänge ist. Je nach Stärke der Poker-Hand. Es gibt auch so kleine Ziele, die man noch irgendwie erreichen möchte. Man möchte dann noch irgendwelche bestimmten Dinge umkreisen. Also es ist wohl sehr puzzelig und doch vielleicht ein bisschen denklastiger, als man dann am Anfang denkt. Bin ich gespannt drauf. Schaue ich mir an. Pioneer Rails von Dranda Games. Das letzte Spiel, was ich euch vorstellen möchte, ist, glaube ich, ein eher unbekannteres. Das ist auch von einem Verlag, den ich noch nie gehört habe. Es geht um Cheops. Und wenn wir über Cheops sprechen, sprechen wir natürlich über Pyramiden. Das Ganze ist von, jetzt muss ich ablesen, Ediciones Masqueoca, heißen sie. Das ist wohl ein spanisch sprechender Verlag oder aus einem spanisch sprechenden Herkunftsland. Vielleicht Mexiko, vielleicht Spanien. Weiß ich gar nicht so genau. Müsste man mal nachgucken. Und ja, das gucke ich mir an. Es ist so eine Mischung aus Action Selection und Worker Placement, glaube ich. Wir haben Worker, die wir einsetzen können, um Ressourcen zu sammeln. Also wir haben auf jeden Fall eine Ressourcenmechanik mit drin. Wir können Gebäude bauen. Diese Gebäude gehören dann aber allen Spielern und diese können dann auch genutzt werden. Aber man bekommt dann auch wieder einen Bonus, wenn andere Leute die benutzen. Und wir versuchen dann, das meiste dazu beizutragen, dass diese größte Pyramide, die die Welt je gesehen hat, gebaut wird und wir als Visier den Pharao glücklich machen. So stelle ich mir das Ganze vor. Ich bin sehr gespannt, ob das so alles gut ineinander greift. Mal gucken, ob das Ganze auch noch irgendwie einen besonderen Kniff hat. Ich schaue es mir erst mal an. Ich würde sagen, es ist keine Blindempfehlung, auch kein Must-Have unbedingt. Aber es könnte wirklich Potenzial haben, wenn das Ding mit diesem, dass wir öffentliche Gebäude bauen und dann irgendwelche Boni dafür bekommen, dass andere die nutzen. Und die sagen auch, dass jedes Spiel irgendwie anders sein soll, weil je nachdem, wie man Wann an der Pyramide baut, hat das irgendwie Auswirkungen darauf, wie das Spiel dann verläuft. Das Ganze wird irgendwie über drei Runden gespielt. Jede Pyramidenschicht, also drei Schichten hat die Pyramide, stellt dann eine Runde dar. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich bin gespannt drauf. Und, ja, Cheops von Ediciones Maskeoka oder Maskeocha sollen wir mal, ja. Vielleicht wisst ihr ja, wie es ausgesprochen wird. Schreibt es mal in die Kommentare mit Lautschrift. Das war es mit den zehn Spielen für heute aus der Folge vier meiner Liste 100 Spiele mit Hitpotenzial. Die Essen-Preview-Liste. Und, ja, ich freue mich, wenn ich euch ein bisschen auf das eine oder andere Spiel aufmerksam machen konnte oder vielleicht auch, ja, mit meinen Details, die ich einigermaßen irgendwie rausziehen kann aus den Informationen, die ich bisher habe, euch vielleicht auch schon den einen oder anderen Eindruck geben könnte, ob das Spiel was für euch ist oder vielleicht auch nicht. Und würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und würde mich auch freuen, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, ein weiteres Video zu schauen. Ich hätte hier zwei Vorschläge. Hier oben ein gespielt Video aus den letzten Tagen und Wochen. Da habe ich, ja, nicht unbedingt Neuheiten gespielt, aber auch ein paar kleine Spiele mal wieder gespielt. Vielleicht ist da auch was für euch dabei. Einen kleinen Absacker vielleicht. Und hier unten ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Ist vielleicht auch ganz interessant für euch. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao!